Die Zellen des Vaters, oder die DNA besser gesagt des Vaters, bleibt in der Mutter erhalten und zirkuliert dort weiter. Und das ist natürlich schon ein Bild, dass die Familienbande, die Blutsbande, die sind vorhanden und die kann man nicht so kurzfristig abschaffen, wie jetzt manche politischen Strömungen das wollen. Das ist von der Natur sanktioniert, das ist von der Natur so eingerichtet und keine politische Partei hat die Kraft, das zu eliminieren. Untertitelung des ZDF, 2020